Sie rocken seit Jahrzehnten gemeinsam die Bühne. Zum 40. Jubiläum geht Silly auf Tour. Auftakt in Neubrandenburg. In all den Jahren haben sie vieles durchgestanden. Wir hatten Verluste, schwere Verluste. Wir haben mit Tamara unseren Mittelpunkt verloren vor vielen Jahren und haben uns immer irgendwie wieder hochgerappelt. Und insofern haben wir im Prinzip alles durch, was einem im Leben so passieren kann. Tamara Danz war die Frontfrau in den Anfängen. Da hieß die Band noch Familie Silly. Das passte den DDR-Behörden besser. Tamara Danz stirbt Mitte der 90er Jahre an Krebs. Erst zehn Jahre später der Neuanfang. Drei Alben entstehen mit Anna Los. Seit einem Jahr gehen sie getrennte Wege. Für die Jubiläumstour sind zwei prominente Gastsingerinnen dabei. Eine davon, Anna R., ehemals Hosenstolz. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Probearbeit hat sich offensichtlich gelohnt. Das fanden auch hunderte Fans beim Tourauftakt. Super. Wir sind extra von Rostock hergekommen, weil wir in Rostock keine Karten mehr bekommen haben. Und sind so froh, dass wir das heute geschafft haben. Ich finde es richtig geil. Schöner Ostrock, finde ich. Gastsängerin Julia Neigel hat extra für diese Tour zehn Silly-Alben einstudiert. Musik aus 40 Jahren Bandgeschichte.